ja ja leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rocket leech zusammen mit markus und ewig spielen ein doppel wir haben wieder aber ausgewählt 3 gegen 2 und 2 gegen 2 3 gegen 3 und naja das wird dann 3 gegen 2 und hat voll verzögert explodiert kommen das ist weiner ist es nicht aber leider und ich habe ich kein verlebnis wird die droht weil ein sprengen gehst du jetzt auch weil du ich sag mal du ja jetzt ich wo er ist ins gesicht gesprungen jetzt du hau endlich raus da weiter pack ich habe gefällt tut es mir leid beide gefällt die gleiche art und weise ich nehme mich um so und denke ja schon keine springt einfach weg ja kommt alter dass ich wieder runter von der wand sauber ja mein auto steht in flamen der war schön gespielt muss ich den lassen auch wenn es total ruckelt hey mein ping ist mal schlechter wie deine geil gemacht ne aber es ist weins sehr schön ausgespielt hier mehr lag ging nicht oder ne mehr ging nicht und da auch mit dem posten schön reingeschoben ja lucky like always lucky like the look alter der torwart ist einfach vorbeigesprungen oh ja was ist das so schau dir das an er erste springt vorbei der zweite verkackt und ich denke er trifft weißt den springt inzwischen der betrefft einfach nicht ich bin danke schön also echt nett boah torscht ist halt was lag ja auch schon direkt vom Tor war nur ein also hatte ich mich weg checkt das ist ja jetzt so er hat mich wieder aus der flugbahn gerissen oh cool du oh Hauptsache erstmal aus der Luft geholt und ich wurde gesprengt also ich sporn natürlich wieder hier direkt beim Ball was voll behindert ist nein aber der kommt wieder versau.. ach ich wurde weggerannt hast du spät gesagt Alter was hast du da gemacht? ich muss mich erst drehen ich war in die falsche Richtung losgefahren ja du hast.. wo du gesagt hast dass er wieder kommt war ich schon in die Richtung gestanden das der behindert da ich kann nicht ich bin dumm zugucken ne ich hab den gerammt das war dein Glöckchen ich hab ihn zwar nicht zerstören können was ich eigentlich vor hatte aber ich hab ihn zumindest gerammt Alter okay jetzt du oh da ich hab gefehlt aber der spielt die für mich wieder zurück da Alter der hinter mir macht mega die Party mit San Vito irgendwie mein mein zack weg damit wow ich flieg an die Decke okay ja ich komm wieder runter oh du es der schießt weg oah das sind.. ich musste es nicht so fahren weil ich das nicht traute ich hab mir so gedacht ich springe jetzt über nicht drüber falls der ihn trifft und dann war er doch schon drin sehr schön oh und die Gegner haben beide genau 220 Punkte da muss locker rum da muss locker da muss locker oh ja mach mal ganz locker hier ja locker flackig ich hab ihn direkt verlängert damit du wieder weiterspielen kannst verkackust so zumindest hab ich ihn clear'n könne jetzt du pass zu wem? aber nicht zu mir ne? ah ja doch zu halb no one knows oh jetzt ist so nah ich hab ihn doch mal hochgelegt oh ok verkackt er hat mich so ich hab ihn doch gekickt aber ich werde gesprengt hau ihn weg ey ich versuch's doch oh ich spaw direkt unter dem Ball hau hau sa weg damit bleib ein Stück auf Abstand bleib ein Stück auf Abstand bleib ein Stück auf Abstand glückort sie das ist so gewesst aus ja genau ich auch schon bekommen jetzt gerade habe ich die Sterne gerade habe ich die Dings bekommen die oh ich bin wieder ein Doppel gerade habe ich die Trophäe bekommen für irgendwie Spiele Trophäe glaube ich hieß die oder so keine Ahnung ich weiß ich weiß so direkt in die nächste Runde hier so direkt in die nächste Runde hier aus schweig hast auch echt du bist du ich bist du Adamo, sie sagen gerade Respekt an der Stelle, der war gut. Kann doch jetzt nicht den Jens sein, oder? Okay, die sind schon wieder ein bisschen andere Klasse. Ich habe nicht wegbekommen. Okay, die jetzt dann muss ich sagen. Alter, jetzt rankt der mich wieder weg und keiner ist unter. Hey, Alter. Dann steht er mir auch noch im Weg, als nächstes. Weil er dann wieder nach vorne fährt, wenn ich komme. Der nervt. Wir kommen schon noch wieder, keine Sorge. Da wieder die Glanzvorlage und der Abschluss. So, wie es halt laufen muss. Okay. Ich hätte kein Nitro, sonst hätte ich es gemacht. Oh, lecker. Oh. Ah. Internat bei Glanz Paradikus Maximus Digger, du immer, wenn die an die Wand kommen, ne? Vercheckst es einfach immer, wenn die zu nah an der Wand sind. Überraschung. So. Der hoffentlich kommt jetzt gut. Nope, oder nicht? Aber der... Jo, mach das sauber. Oh, drei, David. Sauber. Hier drin, ich bin noch. Ich sag's dir. Wir drin, das sind noch. So, jetzt da kommt wieder mein Tor. Richtig schön. Oh no's. Ich flieg bis zum Gegner-Tor. Oh, cool, ich geh mal schnell zurück. Okay. Oh mein Gott. Ja, das soll warm. Aber der Ball kommt nicht. Nice. Sauberes Ding da. Vor allem mit dieser Rolle. Keine Ahnung, wie ich den Ball mit der Rolle in die richtige Richtung gelenkt hab. Frag mich nicht. So. Jetzt 4-4. Und jetzt holen wir uns die Führung am besten auch noch, ne? Oh, fuck it. Ja, wenn der nicht so frisch kommt. Wer mag's. Oh, richtig geil. Das ist richtig uncool. Na, endlich jetzt. Geiler Scheiß. Ich hab Retter bekommen. Okay, jetzt musst du aber. Mann, mein Internet. Mein Internet ist schwul. Nicht mehr. Jetzt doch wieder. Komm, jetzt. Du musst regeln. Nein. Fuck. Oh, es liegt. Bist du. Links hinten. Ich geh mir auch hin. Ich sag mal, du bist mit dem Spielst und jetzt kommst du mit dem Spiel, ne? Oh, mein Gott. Jetzt komm schon. Nein. Oh, nein. Ich verleger. Alles drehen. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Fuck. This. Oh, fuck. Ich hab' ich glaub' ich sogar selber reingebracht. Ja, stimmt. Aber nach der Parade darf ich mir das erlauben. Ja, hab' ich. Aber der andere hätten eh gemacht, wenn ich nicht geschossen hätte. So knapp, ey. Na ja, entscheidungsrunde. Okay. Eins gewonnen, eins verloren. Die Gegner waren gut. Aber wir auch. Zum Schluss hin zumindest. Wo ist der Bunnyhopper, der hat was drauf gehabt. Der andere, naja. War okay. In seinen Schlüssel hab' ich irgendwie alle gehalten. Keine Ahnung, ob mein Luck oder... Kann ich dir nicht so genau sagen. Und wir haben nochmal einen Doppel zum Abschluss. Aber wir warten noch auf zwei Spieler. Die scheinbar keine Lust haben, in die Lobby zu kommen. Nein, der wäre ja nicht. Ja, das vielleicht auch. Ein Spieler. Oh, ich bin Standard. Also nochmal ein 3 gegen 3 zum Abschluss. Als Entscheidungsspiel. Also nochmal ein 3 gegen 4. Naja, zweimal gehalten. Ich fahr an Nitro holen. Oh nein, schon ein Punkt geklickt, ey. Alter, wenn du den jetzt gemacht hättest, ne, dann mach ich ihn halt. Das war nicht mal in den Schuss, Alter. Ja, du bist einfach nur dagegen geknallt. Applaus, Applaus. Das ist richtig kacke. Das war's. Das war's. Das war's. Und du bist tot. Ja, unser Mitspieler. Oh mein Gott. Der hat jetzt fast ein Eigentor geschossen. Oh. 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 So. Machen wir. So. Ey, ich bin schon wieder so konzentriert grad einfach. Ich will nicht verkacken. Ich kann gar nicht mehr in Lava, ne. Du musst nicht den Ball aus dem Auge verlieren. Du musst nicht den Kopf verlieren. Boah. Ein Auto hat keinen Kopf. Oh. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Okay. Gutes Argument. Oh. Oh. Ich hab ihn berührt. Oh. Ich hätte fast. Aus der Luft. Den reingemacht. Oh nein. Mach das leck, oder? Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Markus dreht voll ab, fährt im Kreis, springt rum Cool Ja, Markus ist gleich aus der Lobby raus, ich seh's schon kommen Oh nein, wenn er in den Channel wieder zurückkommt, bleibt er wahrscheinlich auch in der Lobby Vielleicht Noch fliegt sein Auto, wär lustig, die Gegend Und er fährt wieder, Markus, willkommen zurück Nein, er hat immer noch einen 400er Ping, der fährt grad nicht Er leckt immer noch Sieht fast aus, als er macht es Doch noch seinen Timeout bekommt User, enter your channel Mitch, further one Der Verbündeter will, dass wir durch Spielen aufhören Ich glaub, das machen wir jetzt auch erst einmal Weil, ich glaub, sonst fängt er das Weinen an Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge Die Folge haben wir leider ganz knapp verloren Aufgrund von einem Markus Timeout Und ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge War an sich ganz okay, aber ansonsten, naja Servus leh Bis zum nächsten Mal.